Franz Meerston und Günter Willers. Und dann hätte ich gerne noch ein Ladespiel mit dem Hanomag Radlader. Wenn das geht, aber erstmal eine Runde fahren. Ich will hier innen filmen. Stimmen im Korn. Däntnis. Lämmertre Korn. Vielen Dank. Vielen Dank. Können wir da durchfahren? Können wir, wenn du dir zutraust. Aber du hast kein Eirad, oder? Doch, doch. Was für ein Baujahr? 90. Oh, bald Oldtimer. Aber es dauert noch ein bisschen. Hauptsache, die Grünen kriegen ihn nicht. Die was? Die Grünen nicht. Ja, dann ist es vorbei. Oder wir sagen den Grünen, wo es lang geht. Das letzte, was der Umweltschützer sah, ist eine Dieselwolke in seiner Lunge. Oh, oh. Das war keine... Ich habe nichts gegen Grüne, aber wenn sie Autos aus dem Verkehr ziehen mit Willkür, ist nicht gut. Das war ein. Was zeigst du ihm jetzt an? Ja, seit 2009. Bis auf einmal war ich, glaub ich, nicht hier. Aber wenn man schon so viele schöne Sachen zu sehen kriegt, dann muss man ja hin. Allein ist schon der Ende ist ne Augenweide. So. So, da müsste ... Ach nee, das ist der von der Tatra-Truppe. Dachte, es wäre Jürgen. Aber könntet ihr mit ihm Auflagen warten oder du fährst noch mal an denn? Weil ich wollte von draußen denn filmen, wie er dich belehnt. Können wir ja noch mal machen. Ja. ARD Text im Auftrag von Funk